So, da sind wir wieder. Aber bevor ich jetzt hier weitergehe, will ich mich erst einmal noch in den vorherigen Räumen etwas umgucken. Ich bin ja gleich hierher gedüst, ohne auf Schalter zu achten, an den Wänden. Vielleicht sind hier ja noch welche. Ich will ja kein Secret verpassen. Beziehungsweise, ich mach zwar eh keinen 100%-Warn, weil nicht mal ich das hinkriegen würde, wahrscheinlich, wenn ich beim ersten Durchgang. Aber nö, schaut nicht so aus, als ob hier Knöpfe sind. Und falls doch, könnt ihr mir das ja ruhig in die Kommentare schreiben. Dann gehe ich vielleicht nochmal nachgucken. Warnung geben wir hier hinter, das sind nämlich Skelettbogen schützen. Wie schön. Oder auch nicht. Und zwar scheinen hier mehr zu sein. Dass es den Anschein hat. Aua. Aua. Und die einzufrieren. Ups. Das soll ich natürlich nicht. Ah, nein. So, jetzt ist erstmal der eine weg. Das muss ich ein bisschen zuhauen, weil Magie haben wir nicht mehr besonders viel. Uff. Und dann sind die anderen beiden weg. Gut. Dann können wir uns hier mal rumgucken. Äh, eine Druckplatte. Ah ja, das ist der Raum, das Archiv oder wie das nochmal heißt. Ja, genau. Und zwar müssen wir hier auf diese, in diese Nischen Schriftrollen legen, die zum jeweiligen Text passen. Und die finden wir dann halt hier in diesen Teleportern. Äh. Eispfeile erstmal aufsammeln. Und kurz hier umgucken. Äh, ja. Hier lang geht's dann nämlich weiter. Und was passiert, wenn ich hier drauf trete. Und dann geht die Tür auf. Und wieder zu. Und hier ist eine Eisentür, den Zahnradschlüssel braut. Ich glaube, auch eine Notiz von Toren mal wieder, oder? Äh, nein. Nein, das ist das Rätsel mit den Schnecken. Das haben wir ja schon gelöst. Und zwar haben wir ja hier den Knopf gefunden dafür. Den haben wir hier gefunden. Und der hat hier die Schleime aufgemacht. Und ich hab Schnecken gesagt. Egal. Und da ist der nächste blaue Kristall unerreichbar für uns. Äh, blöd. Dann gehen wir mal hier. Nein. Nein. Man wird sagen, wir rasten mal kurz, bevor wir in einen der Teleporter springen. Und kriegen wieder einen Würfeltraum. Ich habe zugeschaut, wie dieser Dungeon gebaut wurde. Oder ich habe diesem Dungeon beim Bau zugesehen. So könnte man es auch übersetzen. Aber sie nahmen ihn von meinen Leuten und verdrehten ihn. Oder sie nahmen ihn meinen Leuten weg. Und füllten ihn mit Fallen und Rätseln. Das ist nicht, wie dieser Platz gedacht war. Ja. Also, die Gestalt, die man, wo sie den Träumen spricht, redet von ihren Leuten. Und irgendwer hat ihnen diesen Ort weggenommen. Warum auch immer sie diesen Ort selber gebaut haben. Aber gut. Gucken wir uns erst einmal an, was wir hier haben. Time and Tide. Das ist Zeiträtsel. Traits of Sword. Also Gedanken. Und Katakomben. Und das letzte war der... Das Pestarrarium. Oder halt der Beast Garden. Und der Zoo. Ich denke mal, wir machen erst einmal die Gedankengänge hier. Die Traits of Sword. Und ja, hier kommt das lustige Teleporter-Rätsel. Das für arge Verwirrung gesorgt hat. Bei mir schon beim letzten Mal. Mal sehen, ob es immer noch so ist. Früher war es nämlich so im Hauptspiel. Wenn ich auf eine Druckplatte trete, werden die drei angrenzenden Druckplatten umgeschalten. Also wenn da ein Teleporter ist, wird er ausgemacht. Wenn da keiner ist, wird er angemacht. Also wird er... Wenn da ein Teleporter ist, wird er ausgemacht. Wenn da keiner ist, wird er angemacht. Ja genau, richtig. Also ich bin jetzt hier die Tür hinter uns zu und die Teleporterplatten... Also die Teleporter um uns herum gehen aus. Wenn ich jetzt hier drauf treten würde, würde der, der und der auf dem ich stehe angehen und ich wäre gefangen. Genauso gilt dasselbe für hier. Ach nee, halt. Der da vorne würde er ausgehen. Hier wäre ich gefangen, weil der und der angehen. Und hier wäre ich gefangen, weil der und der angehen. Also bleibt mir nur geradeaus. So. Auswahl habe ich keine. Jetzt muss ich eins vorgehen. Jetzt habe ich auch keine Auswahl. Auch nicht. Jetzt hätte ich wieder Auswahl. Gehe ich auf den, gehen die beiden aus. Und der hier an. Gehe ich auf den, geht der an und der aus. Gehe ich auf den, geht... Der an... Und der aus. Ich nehme jetzt mal so. Dann geht der an, genau, weil ich muss jetzt diesen Knopf hier drücken, dass er in die Tür aufgeht. So, jetzt darf ich nichts Falsches machen. So. Und ich habe was Falsches gemacht und bin gefangen. Da ist es nochmal. Vor. Vor. Hier rum. Da rum. Genau. Da. Da. So. 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 Knopf drücken. Äh, was machst du hier drin? Möchtest konnten wir dich einfrieren. Weil dich kann ich hier drin absolut nicht gebrauchen. So. Hier nicht hin. Hier hin. Dann geht es wieder hier rum. So. 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 Und wir sind draußen. Und die Fackel geht langsam wieder alle. Neue geschnappt. Wir haben ja genug. Der müsste die Tür hinter uns zu. Und aufmachen. Genau. Und schon mal wieder einen Eiszauber vorbereiten. Wo eine Kregse ist. Können noch mehr sein. Hier ist schon mal kein Schalter. Ah ja. Das ist das der Rätsel. Erst einmal. War hier ein Schalter an den ich mich noch erinnern kann. Und der öffnet uns zu einem Versteck mit Essen und einer Eulen Rüstung. Von der wir Schleine tragen. Die ist jetzt überladen. Weil ich jetzt so viel Essen gegeben habe. Dann nehme mal du das Essen. Und ist am besten auch gleich mal was. Hat noch jemand Hunger gerade? Nö. Also nochmal. So. So. Das Rätsel kenne ich nämlich noch ziemlich gut. Man muss einmal hier vorne auf die Falltür treten. Um das hier auszulösen. Fackel kommt mal mit. Und jetzt den Schlüssel hier reinstecken. Und einem Skil der Pillionär begegnen. Den wir einfrieren und kaum Schaden machen. Mit uns ran. So. Noch mehr Wechsel. Die wir nicht treffen. Hier können wir stehen bleiben. Die trifft eh kaum was. Bei der Magie brauchen wir noch für die nächsten Krexen. So. Da hinten ist noch eine. Habe ich gesehen. Kümmern wir uns auch gleich mal um. Hier. Komm her. Und da ist noch eine zum Teleporter. Und wir schaffen es nicht, die Mystiker einzufrieren. Habt ihr Verkostresistenz oder was? So. Aber die machen ja zugekommen noch Schaden bei uns. So. Würde ich nicht sagen sollen. Jetzt haben sie 23 Schaden bei uns gemacht. So. Da hinten sind Schnecken. Hier haben wir die Schriftrolle gerade eingesammelt. Wo ist sie denn? Bei his call. Bei his call. Also bei seinem Befehl oder Ruf. Und dann würde ich sagen gehen wir noch mal hier zurück. Und finden heraus was da unten ist. Da runterspringen gleich mal. Aber vorher schlafe ich kurz an dieser Stelle. Denn ich will da nicht ohne Manna runterspringen. So ohne Energie für meine Eismagierin. Und sie verhofft schon verdammt lange, um ihre Energie wieder aufzufüllen. Und hier ist nichts. Außer zwei Bolzen, die wir mitnehmen können. Dafür können wir hier eine Tür zu einem Raum öffnen. Indem ich schon wieder genau euch höre. Hilfe. Genau, da stehst du gut. Da kommt schon wieder ein der nächste. Kann ruhig wieder herkommen. Der Bash war schön. Ah, da stehen bleiben. Hoffentlich bleibst du bei dir. Und es kommen nicht nur noch ein paar von deinen Kollegen. Will Schaden. Dann gucken wir uns mal hier um. Mal der am Stock. Da ist der Teleporter hoch. Da ist eine Armbrust drin. Und eine Fallgrube. Da muss man von oben runterfallen. Und hier ist ein Hebel. Aber ansonsten sind hier keine Gegner mehr. Und ansonsten gibt es hier auch erstmal nichts mehr. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier zurückgeworbt worden. Also gut. Erstmal was für meinen Beinu hier zu essen. Hier steht Put to Sleep. Kavernsteel Echoing. Also Kavernen, in denen es ein Echo gibt. Wahrscheinlich weil es durch seinen Ruf, durch sein Schrein. So, das nächste, das hier sind die Time and Tides. Genau. Ja, genau. Und das ist diese Stelle hier. Mal sehen, wie gut wir sind. Nicht gut. Nächster Versuch. Genau. Und wurden zu einem Secret teleportiert. Einer Kampfwachst. Die können wir mitnehmen. Auch wenn wir sie nicht brauchen. Obwohl auch keiner sie tragen kann. Ah doch, sie kann sie tragen. So. Gibt es hier drin noch was? Vielleicht als Secret im Secret? Nein. Auf jeden Fall, das hier war jetzt das erste Zeiträtsel. Es ging darum, diese Druckplatte hier zu treffen. Beziehungsweise halt in den Teleporter zu werfen. Damit eben diese Druckplatte betätigt wird. Und die Fallgruben. Aufgehen. Und ja, da ist das Secret auch zu sehen. Hier gibt es nichts an den Wänden. Dann, solange wir hier am Anfang sind, gucken wir mal hier runter. Hier haben wir nämlich das Messer runtergeworfen. Und einen Schinken. Einen Ratten-Schinken. So. Wieder hoch. Und dann würde ich sagen, bevor wir hier weitergehen, speichere ich mal. Bis gleich.